Stefan, du musst meine Hand festhalten. Ich hab bisschen mehr Angst vor Aufzügen. Wir werden die kleine Karte fahren. Wir werden die kleine Karte fahren. Wir werden die kleine Karte fahren oder nicht bewegen. Das ist das Problem. Wir werden die kleine Karte fahren. Kann ich raus? Als ich so klein war, als ich so klein war in Johannesburg mit meiner Mutter, dann wollte die Türe nicht wieder aufgehen. Vielen Dank.